IHK aktiv mit einer brandaktuellen Meldung vom Bundesverfassungsgericht, die an die Pflichtmitgliedschaft in Industrie- und Handelskammern gebundene Beitragspflicht, ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Dazu jetzt Dr. Matthias Leder, Hauptgeschäftsführer der IHK Gießen-Friedberg. Hallo. Ich grüße Sie, Herr Wolf. Herr Dr. Leder, was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie von dem Urteil erfahren haben? Ich habe mich riesig gefreut. Da ist unser Prinzip bestätigt worden, dass wir eine Unternehmer-Mitmach-Organisation sind, die auf die Solidarität unserer Unternehmer angewiesen ist. Einfach mal vielleicht auch für die Zuschauer, welche Aufgabe hat die IHK denn? Ich mache es an einem praktischen Beispiel, duale Ausbildung. Da sind unsere Unternehmer in der Ausbildung aktiv und sie sitzen in den Prüfungsausschüssen. Schauen Sie, wir haben in Deutschland die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa, dank dieses tollen Systems. Aber das geht halt nur über unsere Pflichtbeiträge. Das ist das System bundesweit runtergebrochen hier auf Ihre Region. Was bedeutet das konkret für die IHK Gießen-Friedberg? Das ist eine eindrucksvolle Bestätigung unseres Prinzips, dass der Gedanke, den wir verkörpern, mitmachen, mitbewegen, mitgewinnen, dass der eindrucksvoll bestätigt wurde. Bei uns machen Unternehmer mit, um etwas mitzubewegen und warum machen sie es? Um gemeinsam mitzugewinnen. Unternehmer bilden aus, um Fachkräfte für die Zukunft zu sichern. Herr Dr. Leder, vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Wolf. Und bis zur nächsten Ausgabe von IHK aktiv. Ich danke Ihnen, Herr Wolf.